Und es ist immer schön. Es ist einfach immer schön und wenn man aber gerne Fehler und Kanten und dadurch auch Witz haben möchte, dann, ich habe es zumindest nicht hinbekommen. Und man kann sich also ganz langsam in diese Welt hineinbegeben und die Veränderungen, ich komme mir vor, als würde ich mich selber entwickeln. Wenn ich bei McDonalds esse, denke ich auch, während des Essens ist es geil und nach dem Essen schäme ich mich. Und so ein bisschen ist es auch mit KI. Ich finde, es ist nochmal was ganz anderes, wenn man weiß, okay, dieses Bild wurde jetzt mit einer Hand gemalt, anstatt dieses Bild wurde von einer künstlichen Intelligenz am Computer erschaffen. Für die Fotografie hat die Entwicklung der KI eine große Relevanz. Insofern durfte das Thema hier nicht fehlen. Die Frage war nur, wie arbeiten wir das auf? Weil wir sind ein Fotografie-Festival und das werden wir auch bleiben. Nichtsdestotrotz haben natürlich auch Bilder in allen anderen Formen eine Berechtigung und sollen hier auch gezeigt werden. Mein Name ist Edda Farnost und ich bin die Kuratorin des Umweltfotofestivals Horizonte Zinx. Wir sind hier in der großen Gruppenausstellung in der sogenannten Panzerhalle Wellness Camp Düne 6, wo Arbeiten von 15 Fotografinnen und Fotografen gezeigt werden. Hinter mir ist unser großer Experimentiertunnel. Die Aufgabe war, an vier Fotografinnen und Fotografen aus vier verschiedenen Generationen sich ein Konzept zum Thema Flora zu überlegen, was dann hinterher zusammen an einem Tisch erarbeitet und gepromptet wurde. Mein Name ist Antonina Geis. Ich bin 19 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus Hamburg, aber wohne gerade in Offenbach, weil ich da Kunst studiere. Simon Pruschmann, Fotografin und Regisseur. Ich bin 54 Jahre alt und seit 33 Jahren selbstständiger Fotograf. Ich bin Leonie Marie Hübner. Ich bin Fotografin, 31 Jahre alt. Mein Name ist Walter Schelz. Ich bin 87 und ich war früher Schaufensterdekorateur und bin erst so ab dem 30. Lebensjahr habe ich mich dann entschlossen, Fotograf zu werden. Ich komme aus der analogen Welt und ich habe, solange ich lebe, immer alles, also schwarz-weiß, selber entwickelt und vergrößert. Also so ist mein Denken. Und jetzt ist es KI und das ist eine ganz neue Welt. Also für mich ist KI eine Art, neue Inspiration zu finden und neue Denkanstöße für meine Arbeiten zu bekommen. Ich habe vorher nicht wahnsinnig viel darüber nachgedacht, weil mein Interesse in meiner Arbeit Menschen gilt und auch Menschen zu treffen. Aber es war jetzt auf jeden Fall spannend, mich mal damit auseinanderzusetzen, weil es ist gerade ein großes Thema und es wäre total bescheuert, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Und ich gebe was ein und ich weiß nicht, was rauskommt. Und das macht mir einerseits unbehagen, auf der anderen Seite ist es für mich ein sehr amüsantes Spielen. Also zu merken, am Anfang kommt eher Quatsch raus, dann ändert man ein paar Sachen, dann wird es immer besser und besser und besser. Das ist gleichermaßen blöd wie produktiv, weil Fotografie ist ja häufig gar auch nicht anders. Man hat sich was überlegt, man belichtet was und es sieht anders aus und dann muss man reagieren. Das ist jetzt bei KI auch so, nur mit weniger Kontrolle. Also die KI macht meistens, was sie will. Aber das finde ich eigentlich ganz spannend. Das macht auf jeden Fall Spaß, das hat so einen Spielcharakter. Die Bilder, die aus KI entstehen, sind für mich keine Fotografie. Weil Fotografie ist für mich, da bin ich alt, backen oder old school oder was auch immer, Kamera involviert oder dass irgendwas belichtet wird. Und das ist ja bei KI nicht der Fall. Ich bin so ein bisschen der Meinung, dass KI nicht da dran kommen kann, was man selber erschaffen kann. Naja, weil hat man tatsächlich irgendwas gemacht, gerissen, war man kreativ. Da hat man einfach nur ein paar Worte zusammengefügt. Ich habe natürlich versucht, eine Bildästhetik zu treffen, die mir gefällt, die dem vielleicht auch nahe kommt, was ich machen würde. Aber es ist ganz weit weg von dem, wie ich es fotografiert hätte, wenn ich diese Menschen getroffen hätte. Ich finde, das bedeutet viel mehr, wenn das halt mit menschlicher Hand erstellt wurde quasi und nicht von einem Computer. Ich habe das Gefühl, da ist mehr Leidenschaft dahinter, mehr so Gefühl. Und die Leute haben ein Verlangen nach Ehrlichkeit oder nach Stofflichkeit. Ich glaube, dass die Schulung, zu erkennen, was für Bilder man vor sich hat oder generell was für Informationen man vor sich hat, einfach noch intensiver betrieben werden muss. Und dass das wirklich von der ersten Klasse an oder so Thema sein muss. Und es ist eine Lawine oder ein Zunahmen, der auf uns zukommt. Und ich hoffe nur, dass sich die Welt verbessert. Im medizinischen Bereich und in ganz vielen Bereichen hat es unfassbar viele Chancen und Vorteile, dass man davon ja spricht, dass stupide Tätigkeiten wegfallen werden. Aber dass es meine fotografische Arbeit ersetzt, glaube ich nicht. KI kann mir ja keine Arbeit in dem Sinne wegnehmen und mich entlasten. Sondern wenn es mir Arbeit wegnimmt, belastet es mich ja quasi, weil ich fahre ja natürlich lieber nach Spanien und fotografiere was, als dass ich dem Rechner sage, er soll bitte Barcelona generieren. Aber ich, ernst kann ich es nicht nehmen. Und ich wüsste auch nicht, wie ich es beruflich anwenden könnte. Ich finde das irgendwie sehr interessant, weil KI, wenn man da Begriffe eingibt und Sachen sucht, nicht immer genau einem das gibt, was man möchte. Und auch jetzt bei der Arbeit für das Fotofestival habe ich super viel neue Inspirationen bekommen und super viel neue Sachen gesehen, die mir total gefallen und auf die ich vorher selber gar nicht gekommen wäre. Naja, es gibt ja bei jeder Bewegung immer eine Gegenbewegung. Also digital hat dazu geführt, dass viele Leute angefangen haben, analog zu fotografieren. Ich denke, KI wird auch dazu führen, dass Kunden sagen, nee, das will ich nicht, das ist ja austauschbar, ist nicht exklusiv, weil der Nächste kann es nachprompten, dass es dann Kunden geben wird, die auf den anderen Weg gehen und sagen, ich will unbedingt, dass ihr was fotografiert. Und das ist so meine Hoffnung. Und das ist so meine Hoffnung. Vielen Dank.